Unser privates Gemeinschaftsunternehmen Altan & Wasif Gürel arbeitet seit 1975 und ist spezialisiert auf die Herstellung von Käse und anderer Müllprodukte. Insbesondere verkauft das Unternehmen Weißer Käse, Prinzer, Tragische Vollfett Keder Käse, Quark, Ram. In der Produktion setzen wir unsere jahrhundertlichen Erfahrungen vor Teile, in der die Herstellung von Käse unserer Familie Handa angehäuft war. Die Käseherstellung beginnt jedes Jahr im April, Mai und endet im September, Oktober und dann wird nach einer traditionellen Methode mit der Hand hergestellt. Der Prozess der Herstellung von Käse wird nach alten Rezepten gemacht. Erst wird die Milch mit Hilfe von speziellen Maschinen von schädlichen Stoffen gereinigt. Für 25-30 Tage wird Käse aus speziellen Holzstützen gelegt. Später wird Käse noch für mindestens drei, sechs Monate im Kühlschrank zur weiteren Reifung gelegt. Das Unternehmen hat eine moderne Ausstattung, die eine höhere Qualität kontrolliert, angefangen bei der Zulassung von Rohstoffen und endet mit der Verpackung ermöglicht. Die Qualität des Käses wird durch den Inhalt der Milch bestimmt. Unser Käse besteht nur aus frischer Vollmilch, verfeinerte Meersalz und natürlicher Hefe. Die Farbe unserer Käse ist die natürliche Farbe der Milch, von der aus 100% unserer Käse ist. Käse hat keine kalzinogenischen Chemikalien für Klärbecken. Das Produkt ist natürlich ökologisch und rein. Das Geschmack des Käses stammt aus der Milch von Ziegen und Schaffen, den verschiedenen duftenden und gesunden Pflanzen. Zum Beispiel wie die Pflanze Timian im Vorbergen. Wer mal unseren Käse probiert hat, wird ihn unbedingt mal nochmal probieren wollen. Der Geschmack ist einfach unvergesslich. Denken Sie daran, Käse ist ein wesentliches Produkt in der menschlichen Ernährung. Auch das Protein ist das zehnmal mehr als in der Milch. Käse ist eine große Quelle der Vitamine A, B2, B12, D, sowie die Mineralstoffe Calcium, Phosphor, Zink, die sehr wichtig für die Lebensdauer Ihres Körpers sind. Machen Sie Ihre richtige Wahl. Kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit und Menschen, die Sie gern haben.